Jetzt geh ich erst mal hunten. Wieder die gammelige Nagant. Echt immer so ne Crap-Waffe krieg ich am Anfang. Und ein paar zum Wüstöten. Nice. Ach Gott, ich bin am Ende der Map. Ist ja auch nice. War schon lange nicht mehr hier. Was haben wir denn da? Ein Messerchen. Hier nochmal mit. Mission. Auch mit. Was haben wir hier? Kleine Pistole. Mini Pistole. Das erste Nest. Und... Der Romeo. Oh oh. Ich hab einen gehört. Oder war das der Zump? Keine Ahnung. Oh. Nices Teil. Sehr gut. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Lohn krieg ich schon. Lohn krieg ich schon. Nur Zuschläge sind noch nicht vertraglich festgelegt. Der Lohn ist festgelegt. Also, den krieg ich schon. Das ist schon eine Sache. Aber ich will jetzt endlich meinen Vertrag. Was? Sag mal. Ich schieß genau auf den Kopf und es funktioniert einfach nicht. Ich weiß nicht, ob das gerade ein Zombie war oder... Nein. Da ist ein Spieler. Da ist ein Spieler. Oh, tut mir leid. Oh, du arme Sau. Oh, was hast du denn da? Oh, nice. Danke. Das war's gerade beim Kämpfen, ne? Das ist... Das ist ärgerlich. Ich weiß. Aber das ging mir auch schon so. Das war echt gemein gerade. Aber wenn ich ihn weggebrennert habe. Boom. Holen wir uns mal das Teil. Die Schnauze. Ah ja. Der wollte sich gerade das holen, ne? Ah. Ah. Okay, der wurde ja schon... Der wurde schon geblündert. Okay. Was habe ich hier? Ach, ne Punk. Na, die ist schon geil. Aber... Das ist die mit... Die, wo ich vorher gewonnen habe, ne? Das ist die. Das ist die, ja. Ich glaube, ich nehme schon die, ja. Der habe ich nämlich vorher gewonnen. Jeder gedacht, ich habe nur einen Schuss. Und dann habe ich die kurz weggezwiebelt. Ich werde mal kurz weggezwiebelt. So, wir müssen da. Okay. Oh ja, nicht streif. Schleichen, wenn die dann trotzdem abrasten. Okay, letztes. Da drüben. Noch mal ein Messer. Die Klappe. Machete. Ich höre Schritte. Ich höre Schritte. Heute läuft's, Junge. Heute läuft's. Okay. Nice Pistole. Die ist richtig nice. Okay. Ab in die Richtung. Jetzt wird's übel. Weil. Ich hab grad Schritte gehört. Da ist ne Hive. Diese Richtung ist alles offen. Da haben die auch alles gecleared. Scheiße, ich hab keine... Was ist das? Nämlich lieber das Dynamit mit wie... Spritze wär halt echt besser. Da hat's aber keine... Hat sich natürlich hier verbarrikadiert. Ist ja klar. Ne? Nein, ist noch weiter. Okay. Hm? Eine umgebracht. Hm. 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 So ist es nicht. Wo hat er sich denn verbarrikadiert, bitte? Das ist ja voll weit weg. Achso, ich habe schon gedacht, ein Spieler. Aua, Mann. Okay, es geht übelst ab schon wieder. Aber ich habe noch Zeit. Junge, Junge. Und immer weniger. Alles klar, ich bin da. Scheiße, jetzt muss ich echt angreifen. Okay. Okay. Ich bin da. Ja. Okay. So ein Drecksack. Jetzt rein oder nicht? Komm schon, es gibt's doch nicht, wie viel hält der aus? Oh yes, baby, so sieht's aus. Geil! Alter, war das spannend. Junge, junge, junge. Kranker Shit, Alter, wie ich zitter. Wie er einfach so viel Schüsse wieder ausgehalten hat. Ich versteh das nicht, wie die das immer machen. Aber im Haus, wenn da einer mit einer Pumpgun reinkommt, no way, keine Chance. Das ist schon der zweite, den ich mit einer Pumpgun durchjag. Nice. Der dritte Hunter, den ich aus dem Höllenfeuer gezogen hab. Geil. Junge, Junge, nice. Tausend Dollar gekriegt. Noch besser. Alter, drei Hunter getötet.